Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Mäuse. Hello. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Maxim. Und wir sind auch Daniel. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu... Einem XXXXL Kaufland-Hall. Warst du bei Kaufland? Ja. Ach, das ist an mir vorbeigegangen. Ich war diesmal wieder nicht mit. Nee. Du gehst immer ohne mich einkaufen. Du willst wohl nicht, dass ich schon im Gemüsegang anfange zu meckern. Der ist ja Gott sei Dank immer direkt am Anfang. Nein, ich war bei Kaufland und ich wollte nämlich vorher noch kurz ein bisschen was einkaufen gehen. Und dachte mir, komm, dann gehst du gleich zu Kaufland. Ja, Freunde, und deswegen wird es heute für euch ein super XXL Kaufland-Hall geben. Bleibt dran und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Da kann man doch glatt einen Erdbeerkuchen zu machen zur Feier des Tages. Willst du Erdbeerkuchen machen? Nein, aber ich möchte Erdbeeren essen. Ach so, ich dachte, es gibt einen guten Erdbeerkuchen. Eine ganz große Schale Erdbeeren. Oh, die riechen. Die riechen aber gesund. Die riechen toll, die riechen frisch, die riechen fruchtig. Was kostet sowas heutzutage? Drei Euro. Das ist aber... Deswegen habe ich es mitgenommen. Das kann man mal machen. Ja, und in der guten Holzschale. Ein kleiner Pro-Tipp. Kennt ihr den Maulwurfkuchen von Dr. Oetker? Mach den mal mit Erdbeeren statt mit Bananen. So ein kleiner Tipp ist so eine schöne Frühlingsoption. Ist nicht so schwer wie Bananen. Es ist nicht so schwer wie Bananen, aber wir könnten den auch mit Bananen machen. Drei Bananen durften mit. Das hat mich diesmal ein bisschen verwirrt, weil es so viele verschiedene Bananenmarken gab. Und Sorten und Bio und Demeter. Was hast du mit dem Lumpf? Das ist Kaufland Bio Banane. Ah ja. Die eigene Bio. Kaufland Bio Banane sitzt neben mir. Dann gibt es... Müsli-Flocken. Joghurt Fitness. Ja, ich fand das sah ganz krank. Joghurt Fitness. Das mische ich da mit rein in das andere. Oh nein. Doch für so einen leichten Crunch. Fitness. Also das Müsli macht alles aber nicht fit. Ja, fett. Ja. Oh, was ist das? Das ist ein Gans. Ne, ach Brot. Das sah aus wie so ein Laib Gans. Das ist eine ganze Gans. Ja. Ein Brot. Ja. Gehe ich ein bisschen und friere ich ein bisschen ein. Ist unser Harry-Brot schon leer? Ja. Eine Scheibe ist noch da. Aber Brot zum Abend ist immer mal ganz gut. Ist ungesund ab 18 Uhr Brot. Ja, aber eine Pizza ist auch ungesund ab 18 Uhr. Ja, das stimmt. Der Schokopudding auch. Gut. Es duft mit. Es ist immer eine Sache der Betrachtung. Mehrfach Magerquark. Dreimal habe ich ihn mitgebracht. Baust du jetzt schon dahin? Ich muss es ja, weil wir hier keinen Platz haben. Ja. Es wird ab nächster Woche noch dramatischer, weil wir weder dieses Sideboard noch diesen Tisch haben. Ja, wir haben ja unsere Möbel ausgetauscht. Es wird hier alles deutlich kleiner und reduzierter, damit mehr Platz ist. Aber ich glaube, das war vielleicht nicht die beste Idee. Gut. Maxim ist immer noch am Kramen. Wir haben einmal die gute Geflügelsalami. Gut in Anführungszeichen. Ja. Gute Günstliche Klassik. Die gute Salami. Dann haben wir... Das isst du ganz gerne, ne? Ich bin groß. Ja, das ist so dein. Ja, das mag ich wirklich sehr gerne. Ja, ich nicht so. Und dann haben wir... Wo bist du denn? Du bist die ganze Zeit nicht im Bild. Ja. Dann durfte mit. Nehmen wir bitte die kleinen Tomaten aus Rom. Ja. Ja. Komm aus Rom. Es ist immer dasselbe. Das sind immer dieselben Sachen. Es ist nicht so abwechslungsreich, oder? Und dann haben wir Haribo. Jetzt kommt Haribo. Wir haben einmal die Cola-Flaschen. Ja. Okay. Und was noch? Wartet. Zweimal Pfirsiche. Warum denn nicht einmal Pfirsiche und einmal Apfel? Weil es kein Apfel gab. Na gut, dann ist das Fazit. Ja, die Cola-Flaschen, die würde ich ergänzen. Anstatt Cola die Frösche mit diesem weißen... Drunter, weil es mag Maximilien. Ich weiß. Ich hasse weiße Gummis. Das mag ich nicht. Was ich aber sehr, sehr gerne mag, sind Radieschen. Und die sind sehr, sehr gut aus. Damit kannst du jemanden bewerfen, der nicht nett ist. Ja, Radieschen. Ne, da reich mir mal den Rettich rüber. Was hast du da? Hier haben wir... Ist das ein Pfirsiche oder ein Apfel? Ne, das ist eine Nektarine. Wozu brauchen wir die? Pflanzen wir die ein oder... Ne, für unseren Obst-Teller morgens. Ne, nicht eine Nektarine. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Gut. So, ich kann dir auch einen Knopperst in die Müsse schaden. Oh ja, mit Erdnuss. Das ist der Gute. Das ist der Neue. Der schmeckt wie Knopperst, nur mit Erdnuss. Ich glaube, der hat ein Standardsortiment geschafft. Ich glaube auch. Dann durften wir Spätzle. Boah, ist auch so ein Hüftkiller, ne? Aber das ist okay. Ja, da hast du recht. Ich Spätzle. Da muss auch Fehler eingestehen können. Die Fleischwurst. Boah, die war aber lange nicht mehr dabei, die Fleischpeitsche. Die Fleischpeitsche war lange nicht mehr dabei, aber diesmal wieder mit Knoblauch. Und die ist noch besser. Die mag ich auch besser, lieber. Ja, ich habe dir recht gegeben. Man weiß es ja immer nicht so. Man war nicht ganz sicher, ob das so war. Zwei Avocados. Deswegen nennen sie bitte Avocado. Sonst denken die Leute wieder, du weißt wirklich nicht, wie es heißt. Und dann haben wir... Eine Flasche Wasser. Oh, wie schwul. Dann durfte einmal, beziehungsweise zweimal mit die Mega. Es stand nämlich wieder die Mega-Kuh vor der Tür. Ich gucke gerade die Sorten. Also einmal Oreo, das ist so... Einmal normal. Ne, das ist nicht normal. Guck mal genauer hin. Das ist Alpenmilchcreme. Ja. Die ist wirklich... Da hast du mal ein blindes Kuh. Findet auch mal eine Katze. Da hast du was Schönes gefunden. Ja. Mit der Alpenmilchcreme. Oh, Liam ist jetzt auch am Gucken. Gut. Zweimal Käse. Oh, ist aber der teure. War der mal ein Gebot? Ja, der war natürlich mal ein Gebot. Deswegen habe ich gleich zwei mitgenommen. Einmal den Leger und einmal den Charakter. Beschreib mich. Was hast du jetzt gesagt? So. Oh, Liam. Hier haben wir die anderen Pfirsichringe. Aber... Zeig, halt, halt. Es sind aber nicht die Apfelringe. Es gab keine. Ach nein. Na gut. Liam. Wollen wir weitermachen? Der schmeißt es eh runter. Der Kater schmeißt... Der Kater läuft da nicht so grazie drüber, wie du hoffst. Einmal Pommes. Ja, das ist schon sehr gesund. Bisschen Kartoffeln. Seit wann sind unsere Einkäufe denn gesund? Ja, stimmt. Wir wollen mir hier was vormachen. Dann komm, dann hol ich jetzt mal hier noch... Weizenmehl. Kau mir in die Fresse. Ja, Weizenmehl. Ich habe nämlich neulich einen leckeren Kuchen gemacht. Und den würde ich gerne wieder machen. Ah, der Apfelkuchen, ne? Der Apfelkuchen. Ja, da war Obst drauf. Da war gut. Ist gesund. Da war Pudding drin. Ja, aber sehr geil. Standardmäßig Wraps. Können wir auch nicht mehr sehen. Und dann... Oh, Schnitzel! Schnitzel! Aber Hähnchen-Schnitzel. Ja, Schnitzel ist gut, aber Dino-Schnitzel wären auch gut. Ja, aber wir haben keinen Platz in der Gefühle. Weil Dinosaurier so groß sind, das sind ja keine Echentur. Für mich einmal Hähnchen, für Denny einmal das Normale. Ja, da freue ich mich. So mit so einem Schnitzelchen kann man sich mal was Leichtes zum Abend gönnen. Dann durfte zweimal das Schlemmer-Fischfilet mit. Ja. Ist auch sehr lecker. Ja, hat wahrscheinlich auch noch nie einen echten Fisch gesehen. Ja, das sieht man ja, dass das Fisch ist. So wie Fischstäbchen schmecken jedes Jahr anders. Wir haben, glaube ich, schon seit Jahren keine Fischstäbchen mehr. Nee, ich hätte es gerne mal wieder. Ja, weiß ich nicht. Fischstäbchen mit Spinat und Katafillbrei. Oh, bitte kein Spinat. So, und jetzt zeige ich noch mal, was kommen ist. Die Champi-Baguette. Das ist sowas, wenn ich gestreamt habe, man abseits schnell sich was essen muss. Hinter die Lundskippe kippen muss. Kippen muss, genau. Dann durfte mit die Leichter-Hollandaise, die möchte ich nämlich zum Schnitzel essen mit Kartoffeln. Ja, ohne Spargel. Ohne Spargel. Ich bin nicht so ein Spargel-Fan. Wobei, es kommt drauf an, ich mag den helleren Spargel, Grün-Spargel mag ich nicht. Na, dann kaufe ich noch Spargel dazu. Ja. Gut. Dann war im Angebot die gefüllten Hörnchen. Mit Karamell. Mit Karamell und Milchcreme. Die habe ich noch nie probiert. Ja, die waren im Angebot. Die leg mal nicht zu weit weg. Nein. Dann müssen wir mal testen. Es durfte zweimal die Butter mit. Ist das die... Ist das so genug Platz? Ja. Die irische, mild gesäuert. Mild gesäuert, das bin ich morgens auch. Sei. Sei so. Ich habe es übrigens immer noch nicht geschafft, meine eigene Butter zu machen. Aber vielleicht mache ich das heute. Dann durfte ich einmal mit den Äpfeln. Ja, was machen wir mit denen? Ist wieder für die Müsli-Schade. Für die Müsli-Schade. Für das Fitness-Müsli. Oh, und dann ist er fast durch. Noch nicht ganz. Einmal der Kaffee, da war ich überrascht. Der war ja spottbillig. Echt, was hat er gekostet? 6 Euro. Oh, krass. Normalerweise macht der uns immer arm. 10 Euro. Hätte ich noch ein paar mehr mitnehmen sollen. Aber es war mir zu schwer. Und es durfte noch mit die Duplo Kokos. Oh, da hast du aber eine kleine Freude noch eingekauft. Ja, sie sind zum zu guter Letzt noch eine kleine Freude. Freunde, das war unser Wochen-Eigen... Nee, war kein Wochen-Eigen, oder? Naja, so ein Dorf. Also mittlerweile sind wir gut im Strecken. Ja, das stimmt, wir essen... Mit Essen bestellt. Letztens wurde ich gefragt, ob ich nicht mal wieder ein Kochvideo machen konnte. Ich habe, glaube ich, kommentiert, ich könnte bei Lieferando bestimmt heute das filmen. Ich habe aber einen Wunsch an euch. Euch Mäuser. Schreibt mir bitte. Einfache. Einfache. Ich will nicht länger als 20 Minuten in der Küche stecken. Abendessen. Die satt und glücklich machen. Okay, ich sehe schon sämtliche Puddinggerichte. Nee, nicht süßes. Und nicht süßes. Ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, das war's. Wir sehen uns ganz bald wieder. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.